Der Jubel im Himmel über den Fall Babylons, die Hochzeit des Lammes. Hierauf hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel großer Scharen, die im Himmel riefen. Halleluja! Das Heil, die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Er hat die große Buhlerin gerichtet, die die Erde mit ihrer Unzucht verderbte und hat das Blut seiner Knechte als Rächer von ihrer Hand gefordert. Und zum zweiten Mal riefen sie, Halleluja! Ja, der Rauch von ihr steigt in alle Ewigkeit auf. Da fielen die 24 Ältesten und die vier Wesen nieder und beteten Gott, der auf dem Throne saß, mit den Worten an Amen! Halleluja! Und eine Stimme ging vom Throne aus, die rief Lobt unseren Gott, ihr alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen wie die Großen! Dann hörte ich ein Getön, das klang wie der Jubel großer Scharen und wie das Brausen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donnerschläge, als sie riefen, Halleluja! Der Herr, unser Gott, der Allmächtige hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich, die bedeutet die Gerechtigkeit der Heiligen. Dann sagte er zu mir, Schreibe, glückselig die, welche zum Hochzeitmahl des Lammes geladen sind. Dann fuhr er fort, Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Da fiel ich ihm zu Füßen, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, Nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Das Ende Die Messias-Schlacht, das Gericht über den Antichrist und seine Anhänger. Dann sah ich den Himmel offen stehen und erblickte ein weißes Ross. Der Reiter auf ihm heißt treu und wahrhaftig. Er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Auf seinem Haupt hat er viele Königskronen und er trägt einen Namen geschrieben an sich, den niemand außer ihm selbst kennt. Bekleidet ist er mit einem in Blut getauchten Gewande und sein Name heißt das Wort Gottes. Die himmlischen Herrscharen folgten ihm auf weißen Rossen und waren mit glänzend weißer Leinwand angetan. Aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker niederschlagen soll. Er wird sie mit eisernem Stabe weiden und er ist es, der die Kälter des Glutweines des Zorns des allmächtigen Gottes tritt. Auf seinem Gewand, und zwar auf seiner Hüfte, trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich, wie das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt waren, um mit dem auf dem Rosse sitzenden Reiter und mit seinem Heer zu kämpfen. Da wurde das Tier gefangen genommen und mit ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die verführt hatte, welche das Mahlzeichen des Tieres angenommen hatten und sein Bild anbeteten. Bei lebendigen Leibe wurden sie beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen aber wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Munde des Reiters hervorging, und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch. Die diesseitige Heilsvollendung, das letzte Jahrtausend der Weltgeschichte, Fesselung des Satans, die erste Auferstehung und das tausendjährige Reich. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, nämlich den Teufel und den Satan, band ihn auf tausend Jahre, warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang über ihm und legte ein Siegel darauf, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre zu Ende wären. Danach muss er auf kurze Zeit noch einmal losgelassen werden. Dann sah ich Thronsessel, auf die sich Richter setzten, und ihnen wurde das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen ihres Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen an Stirn und Hand nicht angenommen hatten. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten als Könige mit Christus tausend Jahre lang. Doch die übrigen Toten lebten bis zum Ablauf der tausend Jahre nicht wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und die tausend Jahre als Könige mit ihm herrschen. Gok und Magok Letztes Auftreten und ewige Verwerfung des Satans Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und sich aufmachen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, den Gok und Magok, um sie zum Kampf zu sammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Sie zogen dann auf die Hochebene der Erde hinauf und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzerrte sie und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, in dem sich auch das Tier und der Lügenprophet befinden. Dort werden sie Tag und Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. Die zweite Auferstehung und das jüngste Gericht Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es fand sich keine Städte mehr für sie. Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen, vor dem Throne stehen und Bücher wurden aufgeschlagen. Dann wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens. Und die Toten wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg. Und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus und sie wurden alle nach ihren Werken gerichtet. Hierauf wurden der Tod und die Unterwelt in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, nämlich der Feuersee. Und wer sich nicht im Buch des Lebens verzeichnet fand, wurde in den Feuersee geworfen. Die ewige, jenseitige Heilsvollendung. Die neue Welt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Denn das erste ist vergangen. Da sagte der auf dem Throne sitzende, Siehe, ich mache alles neu. Dann fuhr er fort. Schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Weiter sagte er zu mir, Ich bin's, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Lebenswassers umsonst zu trinken geben. Wer da überwindet, soll dies alles ererben. Und ich will sein Gott sein, und er soll mein Sohn sein. Aber den Verzagten und Ungläubigen, den Unreinen und Mördern, den Unzüchtigen und Giftmischern, den Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil in dem See werden, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das neue Jerusalem Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen gehabt hatten, die mit den letzten sieben Plagen gefüllt waren, und richtete die Worte an mich, Komm her, ich will dir die Braut, die Gattin des Lammes zeigen. Hierauf entrückte er mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel herabkam von Gott her, geschmückt mit der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war wie der kostbarste Edelstein, wie kristallheller Jaspis. Sie hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren darin und auf den Toren zwölf Engel. Und Namen waren draufgeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Israeliten. Drei Tore lagen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und auf ihnen standen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Der mit mir redende Engel hatte als Messstab ein goldenes Rohr, um die Stadt sowie ihre Tore und ihre Mauern damit auszumessen. Die Stadt bildete nämlich ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. So maß er denn die Stadt mit dem Rohr zwölf Tausend Stadien. Länge, Breite und Höhe sind bei ihr gleich. Dann maß er ihre Mauer, hundertundvierundvierzig Ellen nach Menschenmaß, das auch Engelmaß ist. Der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt bestand aus lauterem Gold, durchsichtig wie reines Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen verziert. Der erste Grundstein war Jaspis, der zweite Saphir, der dritte Chalcedon, der vierte Smaragd, der fünfte Sardonyr, der sechste Karniol, der siebte Chrysolid, der achte Berül, der neunte Topaz, der zehnte Chrysopras, der öfte Hyazinth, der zwölfte Amethyst. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes von ihnen bestand aus einer einzigen Perle. Und die Straßen der Stadt waren lauteres Gold, wie durchsichtiges Glas. Einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn Gott, der Herr, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und des Mondes zu ihrer Erleuchtung, denn die Herrlichkeit Gottes spendet ihr Licht und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. Ihre Tore werden bei Tag niemals geschlossen werden, denn Nacht wird es dort nicht geben und man wird die Herrlichkeit und die Kostbarkeiten der Völker in sie hineinbringen. Doch niemals darf etwas Unreines in sie hineingehen und niemand, der Götzendienst und Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuch des Lammes verzeichnet stehen. Der Lebensstrom, die Lebensbäume, volle Gottesgemeinschaft und ewiges Lichtreich. Weiter zeigte er mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorfloss. Auf beiden Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm und den Straßen der Stadt, standen Lebensbäume, die zwölfmal Früchte tragen. Jeden Monat bringen sie ihre Früchte und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird dort auch nichts mehr vom Fluch Getroffenes geben. Vielmehr wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht schauen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird dort keine Nacht mehr geben und man bedarf keines Lampenlichts und keines Sonnenlichts, denn Gott, der Herr, wird ihnen Licht spenden und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Schluss des Buches Bezeugung des Engels und des Johannes Der Engel weist die Anbetung des Johannes zurück. Dann sagte er zu mir, Diese Worte sind zuverlässig und wahr und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bäde geschehen soll. Siehe, ich komme bald, glückselig, wer die prophetischen Worte dieses Buches im Gedächtnis bewahrt. Ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engel, der mir das alles gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, Nicht doch! Ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten, sowie von denen, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an! Dann fuhr er fort. Leg die prophetischen Worte dieses Buches nicht unter Siegel, denn die Zeit ihrer Erfüllung ist nah. Der Übeltäter möge noch weiter Böses tun und der Schuldbefleckte sich weiterhin beflecken. Aber auch der Gerechte möge weiterhin Gerechtigkeit üben und der Heilige sich noch weiter heiligen. Siehe! Ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden nach seinem Tun zu vergelten. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig die, welche ihre Kleider waschen, um ein Anrecht an dem Baum des Lebens zu erlangen und durch die Tore in die Stadt eingehen zu können. Draußen bleiben die Hunde und die Giftmischer, die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und alle, welche die Lüge lieben und üben. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm! Und wer es hört, der sage, komm! Und wen da dürstet, der möge kommen. Wer Verlangen trägt, soll Wasser des Lebens umsonst empfangen. Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört. Wenn jemand zu dem Gesagten etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die sieben Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand von den Worten dieses prophetischen Buches etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen Anteil am Baume des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht der, welcher dies bezeugt. Ja, ich komme bald! Amen! Komm, Herr Jesus! Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen! Solange dein Herz schlägt, ist die Ausrichtung deiner Gedanken maßgebend, wofür du deine Energie und Zeit einsetzt. Es gibt Aufgaben und Probleme, die nur durch deine Anwesenheit gelöst werden können. Doch dafür musst du den Weg gehen, der für dich gemacht ist. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Ich bin auf dich. Schöpfel,